Nach dem Bombenanschlag auf das Münchner Oktoberfest herrscht über Täter und Motive noch immer Unklarheit. Was geschah wirklich am 26. September 1980? Sie haben bereits einen Tatverdächtnis? Ja. Die Ermittler kommen zu einem bequemen Ergebnis. Köhler war Mitglied der rechtsradikalen Wehrsportgruppe Hoffmann. Gundolf Köhler, der Einzeltäter. Ein politisches Motiv konnte nicht erkannt werden. War nicht zu glauben? Na los nach vorne! Der rechte Terror habe Deutschland erreicht. Wirklich? Erst jetzt? Sie sollen nicht auf die Lage reagieren. Lassen Sie sich gefälligst was einfallen! Es stand damit noch zwei anderen Männern. Richtig laut. Da standen zwei Männer vor dieser Leiche. Diese Aussagen wurden von den Ermittlern völlig ignoriert. Haben Sie sich die Hinweise überhaupt angeschaut? Der ist fertig gemacht worden. Klingt das nach einem Einzeltäter? Nach einem Psychopathen? Köhler war nicht allein. Was hier passiert ist, ist so unglaublich skandalös. Sie bezichtigen unsere Bestiz der Vertuschung. Sie haben sich einfach irgendwas aus den Fingern gesucht. Die Hand ist der Beweis. Sie sind doch grüßenwahnsinnig. Sie haben doch gar keine Ahnung, von was die da reden. Wenn ich untergehe, gehen Sie mit. Was ist, wenn die Typen das Ernst meinen, Uli? Hallo? Hallo? Was ist, wenn mir was passiert? Polizei! 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 Was glauben Sie denn, wie das Ganze abgelaufen ist? Ich hätte nicht gedacht, dass Sie sich sowas tun würden. Das ist beängstigend.